Was geht, haben wir kein Schildchen, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge NOSCORTH. Diesmal aus meiner Sicht und mit dabei sind Peter, Jay und der Sephjö. Dieses Video ist unterstützt durch Produktplatzierung, weitere Infos dazu in der Beschreibung. Ich glaube, ich werde mal kurz das Audio ein ganz kleines bisschen leiser machen. Ich würde mal ganz kurz sagen, dass wir das nicht sagen müssen, sondern das tun, um euch zu informieren. So. Ich habe den Prophet, glaube ich, als letzte Runde einmal. Was kann der denn jetzt? Der ist ein Nahkampffixer. Merkt schon an. Der Prophet ist ein Nahkampffixer? Aua, Aua! Ey, ich hätte voll den angegriffen, hier Mongos! Sehr gut. Alter, alles voller Rauch, ich sehe überhaupt nichts. Ich habe ihn gefangen. OJ, hinter dir. Ich muss mich hier erstmal räken. Das ist ein Glaser-Teiltaubfixer. Einer ist oben über uns. Achso, wenn ich damit treffe, dann mache ich damit was krasses. Okay, damit kann ich so schießen. Na gut. Venga, achso, das kann ich Venga, ne? Okay. Kann irgendjemand das Team heilen oder Jay, kannst du nur dich selber heilen? Ne, da vorne ist da eine Station. Ich kann gar nichts machen. Ich mache Schaden. Da vorne ist da eine Station, Peter. Haben wir schon drei Kills gemacht? Ja, Mann! Tatsächlich, ey, was ist denn da los? Oh Gott! Aua, der hat mich volle Möhre erwischt. Boah, den müssen wir jetzt aber kurz jagen. Ja. Hinter uns! Oh, 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 oh! Au, ich bin down! Kann ich dich jetzt wieder... Ne, das ging ja nicht, ne? Ich habe drei unterstützende Kills gemacht, bevor ich gestorben bin, ja? Also mal Maul halten hier. Was kann er denn sonst noch hier? Achso, das sind die Dinger. Ah ja. Oh! Heila! Heila! Hilfe! Er ist ein bisschen... Er ist ein bisschen... Er ist ein bisschen träge. Keine Füße. Ich habe kein Leben. Wo ist hier so ein... Da, 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 da! Da hinten kommt einer angeratzt! Boah, hab ich krass ausgewichen. Boah, hab ich so krass ausgewichen. Oh, ich bin wieder gefangen! Ich habe ihn gefangen. Down! Nice! Alter! 7 zu 1, Mann! Ne, geht gerade hier nicht. Okay. Du kannst immer nur einmal pro Station, dann musst du wieder woanders... Ah ja. Da hinten kommt wieder einer, ja. Ja, ich habe ihn getroffen. Ah, sehr gut. Guck mal ein bisschen rechts. Echt ganz cool, der Typ. Von rechts kommt auch einer aus der Mitte. Ja, die sind dahinten. Oh, oh! Da kommt einer angeratzt! Au! Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Da kommt noch einer! Da kommt noch ein fetter von hinten! Der ist um die Ecke links! Aua! Der klettert da hoch, der ist hochgeklettert! Wir stehen hier unnützig! Da kommen zwei Runner jetzt angeratzt! Ah! Oh! Ich bin tot! Aua! Ich bin tot! Ich möchte jetzt mal gucken, was kann die Fähigkeit überhaupt? Adalasser, entreißt einem anvisierten Vampir die Lebenskraft, um dich selbst zu reinigen! Ja, Seb, ich muss gerade nachladen, das ist ein bisschen unnützig! Oh Gott! Kann man denn einer untoten Person Lebenskraft hinziehen? Naja, die lebt ja auch! Ist ja eine untote Person! Leute, jetzt haben wir aber krass aufs Moor bekommen! Ich habe in meinem Leben fünf Kids gemacht! Ey, die fressen gerade hier alle! Erwischt! Na, so nicht! Aua! Boah! Das gibt's doch gar nicht! Damit zu treffen ist gar nicht mal so einfach! Mit der Axt zu treffen meinst du, Hardy? Ey, kommt Leute, wir sind von 7-1 auf 9-5! Das ist ganz schön scheiße! Ja! Oh, von da unten kommen sie! Da! Den hat das getroffen! Der ist voll verlangsamt! Voll geil! Haut den weg! Nice! Ich bin angegriffen! Ich bin angegriffen! Ich auch! Ich bin auf dem Boden! Oh, lol! Der hat mich voll weggebummst! Cool! Das ist noch einer! Ich habe den gefangen! Nice! Können wir mal zu so einem Schrein gehen? Ich meine, ihr habt ja auch nicht so viel Leben von Peter! Hier vorne ist einer! Hier vorne ist einer! Hier vorne ist einer! Hier vorne ist einer! So! Hier! Hier drin! Ich treffe zwar nahkampfmäßig jetzt nicht allzu viel, aber... Da oben kommen wir wieder! Hier, ich halb mich kurz! Da vorne kommt wieder... Da oben! Da oben ist einer! Oben ist einer! Der will jetzt gleich an mich halten! Down! Geil! Oh, ich muss mal hier kurz... Da! Da ist einer! Ich habe den getroffen! Geil! Oh, mir geht es jetzt gar nicht mehr so gut! Hier ist ein dicker... Hier ist ein dicker... Nice! Der ist auch down... Alter, was geht ab mit uns, Leute! Ach, ich kann mit dem Venger die Dinger werfen! Sag das mal einer! Hä? Wie hast du denn das hingekriegt? Du wirfst generell deine Äxte! Nö... Echt? Doch! Hier, was wisse! Nein, du kannst die werfen! Ich habe aber auch immer irgendwie zugeworfen damit! Und ich habe mich schon gefragt, warum der nachgeht! Zugeworfen oder zugeschlagen, Jay? Ich habe zu... Ne, ich habe zugeworfen! Ne, der... Pass auf! Der wirft die hier! Da! Dann müssen wir zu einem neuen Schrein, mir geht es nicht mehr so gut! Ja, lass mal machen! Hier rechts nach rechts! Lass den mal wegficken! Ich habe jetzt Bock zu töten! Jetzt habe ich aus Versehen geheilt! Komm her hier, du kleine Pisser! So, da, hier um die Ecke bist du doch, ne? Ey, das ist auch... Oh Gott, verdient! Uiuiui! Ja, ich bin da! Ich cool! So, in your face, Bitches! Ich habe ihn gefangen! Boah, drei Kills und drei Unterstützung habe ich gemacht! Bevor ich gestorben bin! Hinter uns, Hadi, Hadi, hinter uns! Ja! Hadi, Hadi, Hadi! Da! Der hat noch gesessen, du miese Bitch! Ja, schön! Jetzt hat mich nicht draufgegangen! Hadi, Hadi, Hadi! Hadi, Hadi, Hadi! Oh, die sind teilweise ganz schön schnell! Oh, oh! Da kommt der Fette wieder angerannt! Dann überlebst du aber nicht, mein Freund! Dann überlebst du nicht! Du bist so ein Upsnack-Cover! Halt's mal, Hadi! Wir sind im Team! Ja, echt mal! Ja, und ich wusste mir von dir letzten Mal an, die Scheiße ich bin! Also hat mir ein Maul! Ja, bist halt auch Scheiße! Ja, also erzähl mir nix vom Team hier! Hier ist so ein Typ bei mir! Oh Gott! Der macht mich im Nacken! Was für eine Uhre! Hier, friss erst mal Dattenwix-Kopf, ey! Boom! Ey, ich treffe den überhaupt nicht! Da jetzt! Oh! Hilfe! Da ist wieder so ein Zettel! Oh wei! Ja, hat ja jeder drauf! Ja, hab ich doch! Ey, ich muss mich regnen! Ich habe noch 74, ja! Hilft mir mal! Rettet mich mal! Wie? Du bist schwer verletzt! Ja, mach ich durch! Drück doch die ganze Zeit eh! Versorg mich! So, Geist! So, komm her! Ja, Mann! Geil! Dann daneben, du Lutscher! Der ist direkt mussten! Das Spiel erinnert mich! Ich weiß gar nicht, ob es war! Also, das erinnert so krass an Left 4 Dead! Nur, dass es halt Free-to-Play ist! Ist echt ganz cool! Das stimmt! Das erinnert echt krass an Left 4 Dead! Ja! Bisschen, ne? Ja! Wo du es sagst, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht! Also, halt richtig krass! Ich meine, das ist halt gut! Bei Left 4 Dead hast du Zombies, die erste Vampire! Aber vom Prinzip her ist das halt echt! Nur! Nur! dass die, dass die Menschen halt deutlich cooler zu spielen sind! Weil die halt alle verschieben sind! Ich schieße auf den! 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 Weißt du, bei Left 4 Dead hast du halt die ganze Zeit? Ah! Ich sag doch, warte, dass du da camps! Ja, warte! Ich war zu, 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 äh, gierig! 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 Gierig heißt das! Nee, ich hab ja gar nix! Oh! Ich werd gefressen! Ich werd gefressen! Hilfe! Bam! Wer sagt? Auah! Nein! Aber wir, wir machen uns richtig gut gerade! Wir machen uns grad richtig gut! 27 Mann! Das ist nicht so einfach! Das ist nicht so geil! Das ist nicht so geil! Die Menschen stehen kurz vor dem... Echt stark! Vor dem Endzug, oder wie war das? Da jetzt! Das ist meiner! Wieder nicht mein, Wann! Du machst ja auch nie was! Halt mal dein Maul! Halt mal dein Maul! Ja, die macht echt nix! Du renzt einfach mal weg! Du bist der tank und machst nix! Du halt mal bloß dein Maul! Ja, so! Ich hab den gekillt! Halt mal bloß dein Maul! Halt doch mal bloß dein Maul! So, ein Kill noch! Komm, ein Kill noch, von! Hier ist einer, hier ist einer! Hier ist einer, hier! Er hat mich! Ja, der geht jetzt drauf! Und... Das ist mehr... Oh, last kill! Das ist das, last kill ist das wichtigste! Zwei... auf jeden Fall 2-0 KD richtig krankes Spiel Peter, richtig gut gemacht, Hadi war nicht so gut mit seinen 5 Kills jetzt hier wieder den geilen Täuscher zocken äh, was nehm ich denn? Täuscher, Beschwörer der Täuscher hat's mir angetan ja den Täuscher fand ich ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt muss ich sagen der ist halt der Spy ne, so ein bisschen aber du darfst halt nicht hingehen und nehm ich nehm mal den Tank nehm ich nehm mal den Tank doch du, ich hab immer F gedrückt dann kamen halt schon die, äh, die Viecher von mir, da vervielfältige ich mich ja und dann, äh, verwandle ich mich und dann renne ich so hin, mit denen mit, tu so als ob ich kämpfe und dann töd ich sie mit dem Messer von hinten, das ist voll gut boah du bist ja, du bist ja ihr Taktik, ne? ja man, da hinten sind sie ja, da wo Sepp ist, genau Aua der macht ja lustige Geräusche ich steh bereit, ich steh bereit ich noch nicht ok, also ich bin bereit wenn ihr könnt, könnt ich auch gut dann go go ah, jetzt wurde ich hier festgehalten scheiße er ist da weg, da ist noch einer komm, Sepp, drauf da, nice nächster weg hinter uns irgendwo muss man eben kurz fressen hä, von wo schießt denn der? hier da ist ja, drauf nice 4 zu 0 erster geiler Schlagabtausch, ey, wir sind richtig geil so, jetzt wieder hoch verstecken verstecken und gucken wo die sind da ist läuft so richtig bei uns ja, kann man so sorgen nicht richtig nice wo sind die? ich werde beschossen in dem Torbogen, äh, hinten in diesem komischen Rundgang ja das dann mal wieder uns in Position bringen und dann Bescheid sagen wenn wir können ich bin aber gerade die haben sich aufgeteilt irgendwie hier vorne sind welche selten sind zwei, die sind bei mir ja, ok, also ich bin in Position ok, go 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 bei mir, bei mir, bei mir ich muss mich anschleichen Aua da war möge BAM Junge! One Hit! da, so funktioniert der Shit nämlich in York wer ist das mit dem Run-Hit gemacht? du musst dich hinter die schleichen und Q drücken halt, dein Messer sind hinter die schleichen? ja, du musst dich halt verkleiden hinter die laufen und Q drücken ja, ok, das habe ich auch gemacht die kommen wieder dahin, wo sie gerade gekämpft haben jetzt haben wir aber vier jetzt haben wir ein bisschen was verloren was ist da los? hat alle einmal gestorben, ne? ja, scheiße ok, lass wieder sammeln Peter, die sind in der Mitte oh ja oh ja oh, ich habe beide hier oh, die hat gefressen die hat gefressen den nix ja, mann geil sehr schön Aua, der schießt auf mich, der Wichser nein, einer lebt noch von denen ja, da, der rennt weg ich renne ihm hinterher ja auch zack und ja, mann ja, sehr gut down schön, schön, schön schön, schön wir kommen nein, jetzt hast du oh, ich wollte die grad wegstemmen ey tut mir leid immer schön ich bin gefangen aua oh ja, nice hier ist direkt der nächste die haben mich gefangen ja, mann und direkt die kommen einzeln jetzt alle rein geil schönes Teil ich wurde getottert ich wurde getottert getottert so schönes Teil Aua boah was tun sie denn jetzt ah da und wieder weg das ist voll, ne das ist, das ist mega witzig, wenn der sich dann so, äh, aufteilt na ja, auf jeden Fall wie schlecht spielen die gerade eigentlich, wenn ich was zu fragen ja, hallo, wie gut spielen wir meinst du wohl eher ja, die sind ganz schön kackiges oh, Alter, wieso hab ich denn so auf die Fris hingekriegt, what the fuck der sagt jedesmal, wenn der sich verwandelt, yo, leck mi am Arsch ja, das sagt der auf jeden Fall ja, muss man drauf achten oh fuck, ich bin gestorben yo, leck mi am Arsch yo, leck mi am Arsch verpasst er auf den Backstage, stets? ich bin ja auch gegen einen der Jorgel BAM, Junge jaaaa oh oh warte, ich deck dir mal den Rücken, ne wo ist die hin? da ist er du kommst nicht davon so wofür opfer ich eigentlich mein Leben hier für haben? nein, hier ist noch einer wieso denn? brauchstest du doch gar nicht war, war alles easy der waren zwei Stück hinter dir ich bin da ganz nett für dich reingerannt ja, Jay, mach die mal besser nice, Jay, nice und den nächsten auch noch direkt hier BAM, Junge dem hab ich auch einen reingedrückt und der ist auch draufgegangen schön oh, das Backstab ist richtig cool hier vorne ist noch einer hier vorne ist noch einer das macht richtig, also der Täuscher ist richtig cool hier vorne ist noch einer hier vorne bei mir, bei mir aber wundert mich, dass die das bei uns kaum gemacht haben mit dem Backstabben weil der alles gerade freigeschaltet ist ah, ja stimmt dann können die sich halt noch wir haben halt schon so viel gespielt freigeschaltet ja auf jeden Fall nein, wir haben das freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen Alter, ich hab boah, nice, Sepp ja, schön ich muss die mal suchen hier, wo sind die denn eigentlich alle wir sind bei Sepp und mir bei mir, bei mir okay ich muss mich jetzt mal wieder da reinschleichen so, jetzt wechseln zack zack bam und weg mit dir so weg mit der Drecksau so weg mit der Drecksau jetzt wird gefressen so ich möchte da auch mal dran nuckeln an der Leiche sorry ist schon vergeben ich möchte auch mal dran nuckeln schon vergeben finde ich aber auch gut hier da hinten stehen sie bei Sepp in der Nähe von mir alle so, jetzt wird erstmal gebacksteppt rein oder raus und Pam und tschüss nice wieder ein Kill und den auch noch komm komm ja Alter, wie sie bleibt gemacht haben einfach nur boah 26 Alter diese Ping Alter 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 jetzt ist die Ping wieder schuld weißt du natürlich boah Hardy auch 10 Kills nice ja hab ich 10 ja weil ist halt hier ne anschleichend und so täuscher täuscher vor gewinnen so natürlich nicht haben die selbe Stat oh man nice Hardy und die Sieg ja ja Peter hat natürlich richtig krass ja Peter hat ein paar Lacker Lacker Kills gemacht ich war ne richtig immer doch mal kein Bullshit wieso ist Peter denn erster lächerlich ja insgesamt ja aber der hat nicht so viel Schaden gemacht wie wir Jay guck doch mal doch hat er ja mehr Schaden gemacht der hat den meisten Schaden 1222 hast du doch gemacht oder das bin ich ich hab 23.000 gemacht 23.000 ist höher als das ist ein tausend ich hab auf was anderes geguckt ja wahrscheinlich ist ja auch egal ja an dieser Stelle natürlich wieder vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen die geilen Schnittchen